Video, also Kameras sind auch an, ne? Ja. Gut. Ja, bei euch war, weiß ich nicht. War schon mal ne Aufnahme. Nicht bei euch. Nicht bei euch. Aber da war schon mal ne Aufnahme da. War die Kamera nicht an. Mussten wir das nochmal machen. Wollte ich nur gesagt haben. Champions-League-Sieger seit 1992. Nein, 1992. Wir haben Madrid, Bayern, jetzt noch Liverpool, Mailand. Mailand zählt aber nur einmal, ne? Ja, das ist die Frage, welches Mailand, aber lassen wir einmal gelten. Das war die. Kann ich das hinlegen? Boah. Was? War das jetzt gut? Das war ein guter Startum, glaube ich. BVB hätte sie nennen können. Ja, zum Beispiel. Stimmt. Deutsche Bundesländer. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen. Zweitligisten 2022, 2023. HSV, Pauli, Hannover, Lautern, Kiel, Fürth, Bielefeld. Bielefeld. Endlich mal ein Gegner hier. Schiedsrichter in der Bundesliga. Oh Gott. Dennis Aytekin, Patrick Ittrich, Paschinski. Waschinski. Waschinski. Ähm. Geht los, ne? Achso, Edin Terzic. Julian Nagelsmann. Äh. Wer liebt es denn noch? Ist Magath noch bei Hertha? Ja, ne? Magath ist nicht mehr bei Hertha, nein. Ach stimmt. Der Partner müsste Saison enden. Ja, zum Beispiel. Boah, das wär jetzt… Ich nehme die. Bundesligisten 2022, 2023. Dortmund, Bayern, Schalke, Leverkusen, Köln, Bremen, Stuttgart, Frankfurt, Hertha, Union. Ähm. Hauptstädte der Welt. Der Welt? Äh. Dublin, Berlin. Äh. London. Ähm. Was haben wir noch? Bern. Äh. Brüssel. Paris. Spieler mit mindestens einem A-Länder-Spielmann BVB. Ähm. Dahoud. Emre Can. Julian Brandt. Marco Reus. Mats Hummels. Gregor Kobel. Ähm. Thomas Meunier. Thorgenhazer. Raphael Guerreiro. Ähm. Äh. Die haben noch nicht alle angefasst. U21-Spieler im BVB-Profi-Kader. Yusufa Moukoko. Felix Paslak. 24. Ähm. Yusufa Moukoko. Tom Rote. Jamie Beino Gittens. Felix. 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 Paslak. BVB Torschützen 2021-2022. Paslak. Haaland. Reus. Hummels. Can. Guerreiro. Ähm. Akanji. Jude Bellingham. Tornhazer. Hast du Tom Rote vergessen also? Ja. Tiki habe ich auch vergessen. Wo hast du denn getroffen? Entführt? Entführt? Ich glaube, das hackt jetzt. Richtig. Richtig. Stimmt. Hab mich gefreut. Ito. Sahala. I out. Sit. Untertitelung des ZDF, 2020